Hallo, ich bin Neodoc mit deinem Nachrichtenüberblick aus der Medizin. Viel Spaß! Und wir schauen gemeinsam an das Ohio State University Waxner Medical Center. Forscher haben hier einen Nanochip entwickelt, der deine körpereigenen Zellen umprogrammiert und so beschädigtes Gewebe oder aber auch deine beschädigten Organe in Zukunft reparieren kann. Das Ganze fällt in den Bereich der regenerativen Medizin und so soll sich beschädigtes Gewebe innerhalb von kürzester Zeit regenerieren. Der leitende Forscher Dr. Shandon Sen sagt selbst, Mithilfe des Chips sind die Zellen also in der Lage, sich eigenständig in das für die Heilung der jeweiligen Verletzung benötigte Zellmaterial zurückzuverwandeln. Und damit nicht genug, wenn jetzt an dieser Stelle keine Zellen benötigt werden, dann können diese entnommen und im entsprechenden Körperareal wieder eingepflanzt werden. Die Forscher sind selber davon überrascht, mit welchen Erfolgen sie es hier zu tun haben, denn die Erfolgsquote liegt bei 98%. Fortschritte aus der Medizin gibt es natürlich hier auch bei uns in Deutschland und deshalb blicken wir auf die Universitäten Bayreuth und Erlangen. Wissenschaftler um Prof. Dr. Thomas Scheibel und Prof. Dr. Felix Engel beschäftigen sich damit, beschädigtes Herzgewebe wiederherzustellen. Dieser Herstellungsprozess des beschädigten Herzgewebes kann womöglich durch das Spinnenseidenprotein und den 3D-Druck stattfinden. Funktionierendes Herzgewebe kann sehr bald künstlich hergestellt werden. Die Frage ist nun, wann und wie dies in der Klinik ankommt. Die letzten Tage blickte die Welt mal wieder nach Berlin, denn hier fand der Weltkongress für Psychoonkologie statt. Die Kongresspräsidentin Prof. Dr. Anja Mahnert aus Leipzig sagte, dass die psychoonkologische Versorgung in Deutschland längst nicht für alle Krebspatienten sichergestellt ist. Sie selbst sagt, dass wir noch mehr Angebote in Deutschland benötigen. Bisher lag der Fokus der Psychoonkologie besonders auf der mittleren Altersgruppe, also die Menschen zwischen 40 und Ende 50. Das sind oft Menschen, die in einer Beziehung sind, die Familie haben, die eigene Kinder haben oder auch ihrem Beruf ganz normal nachgehen. Diese Menschen sind es, die durch die Diagnose plötzlich aus ihrem Leben gerissen werden. Neben diesen Menschen sind es aber auch junge und alte Patienten, die in den vergangenen Jahren zwar zunehmend in den Fokus der psycho-onkologischen Forschung gerückt sind, etablierte psycho-onkologische Versorgungskonzepte fehlen allerdings noch für diese Patientengruppen. Die psycho-onkologische Versorgung ist in Deutschland noch längst nicht für alle Patienten sichergestellt, verbesserte Konzepte und eine Regelfinanzierung sind notwendig. Das sind die Schlussworte von Kongresspräsidentin Prof. Dr. Menert. Und damit geht die letzte Frage an dich. Haben dir die besprochenen Themen gefallen? Wenn ja, dann lass uns doch einen Like da. Die Redaktion freut sich über Kommentare und ich würde mich ganz persönlich wieder freuen, wenn du nächstes Mal einschaltest. Nun vielen Dank für das freundliche Zusehen und alles Gute für dich, dein Neodoc.